Mit diesem wunderbaren Nachspiel des Wanderliedes von Robert Schumann aus dem Kerner Liederkreis Op. 35 Nr. 3 möchte ich Sie recht herzlich willkommen heißen zu Live aus dem Musikzimmer. Im Corona Frühling 2020 entstand diese Reihe eigentlich aus Idealismus und Liebe zum Kunstlied. Sehr gerne möchte ich nun dieses spezielle Format für das Kunstlied einer Gattung, die ja für den Musiksalon oder profaner gesagt für das Musikzimmer gedacht ist, fortsetzen. Präsentiert werden schwerpunktmäßig wundervolle Realitäten des Liedrepertoires, live dargeboten von verschiedenen Sängerinnen und Sängern und mit mir als Pianistin und ganz wichtig in guter professioneller Aufnahmequalität. Dazu wird es immer eine kurze Hintergrundinformation zu den gewählten Liedern geben. Schön wäre es, wenn sich durch dieses Projekt der Kreis der Liebhaber des Kunstliedes erweitern würde und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie dabei sind. und ich freue mich noch nicht, wie Sie dabei sind. Untertitelung des ZDF, 2020